Ja, da habe ich beim letzten Mal ganz offensichtlich Mist erzählt, aber die Gabi hat es gemerkt und hat mich im Kommentar darauf hingewiesen. Die Richtigstellung ist, nein, die 2000 Quadratmeter Wasser sind nicht in diesen 6000 enthalten, sondern kommen obendrauf. Und deswegen wird das Eisbärengehege noch größer, als ich beim letzten Mal angekündigt habe, denn Eisbär Nummer 2 will nochmal 1000 Quadratmeter Land obendrauf, plus 250 mehr Wasser, nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser, macht 9250 und der Nachwuchs ist nicht einmal eingerechnet. Also möchte ich mindestens 12.000 bis 13.000 Quadratmeter für das Gehege haben. Das stecken wir mal ab mit Barrieren. Ich möchte die roten Ziegel, gewölbte Abschnitte, 20 Meter Länge ist okay. Okay, und ich lasse mal ein bisschen Platz nach hinten, denn eventuell können wir hier noch ein bisschen eine Straße später durchführen. Dann geht es mal los. Ich weiß nicht, wie groß das Ganze sein muss, Winkelausrichtung wollen wir keine. Und deswegen fange ich einfach mal an und wir arbeiten uns so ein bisschen vor. Ich denke mal, so wird das vielleicht nicht ganz verkehrt werden von der Größe. Schön am Weg entlang. Jetzt schließt es nicht ganz, dann machen wir ein kurzes Stück dazwischen. Auch in Ordnung. Und wie groß das Ganze jetzt ist, wissen wir im Moment gar nicht, denn wir haben noch kein Gehegeeingang und können da im Prinzip noch nicht gucken. Den will ich aber gar nicht irgendwo hier vorne hinbauen, sondern den wollen wir ja mitten reinbauen und mit dem Tunnel anschließen. Das wird als nächstes vorbereitet. Mitarbeiterweg. Eine Einheit lang. Vier Meter breit. Tunneln soll das Ganze. Nicht zu nah ans Wasser ran, denn ich glaube, ich müsste das Wasser noch mal vergrößern von der Fläche. Und deswegen einfach mal hier. Ausrichtung des Tores soll in Richtung Kuntra sein. Und wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen runter. Mindestens vier Wegeinheiten. Dann gehen wir noch mal eben. Gehen um die Ecke. So, ein bisschen schöner ohne Winkelausrichtung. Und einfach mal hier in Richtung Weg zurück. Und jetzt gehen wir mal in die Draufsicht, damit wir uns mit der Richtung hier nicht vertun. So, jetzt ist die Frage, komme ich unter dieser Treppe durch? Ah, ich probiere es mal so ein bisschen hier knapp im Randbereich. Dann sollte es klappen. Und jetzt snappt hier oben der Weg ein bisschen. Das können wir aber noch gut austricksen. So, einmal in die Draufsicht, damit wir hier ein bisschen lotgerecht das Ganze hinbekommen. Einmal so. Okay, und jetzt gehen wir wieder steil hoch. Aber bitte, mit Winkelausrichtung. Die ist nämlich jetzt noch, nein, die ist jetzt an. Jetzt ist sie an, okay. Gucken wir uns einmal hier unten an gerade. Fast, okay. Steiler geht auch nicht. Alles gut. Tunneln machen wir aus. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie auf diesen Weg rankommen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Jetzt machen wir mal ein 3-Meter-Stück. Äh. Ist ein bisschen eierig jetzt. Machen wir noch einen dran. Gucken wir mal, ob wir das jetzt ein bisschen schöner hinbekommen. Oder wir machen die Winkelausrichtung aus. Genau. So sieht das schön aus. Okay. Ist jetzt auch provisorisch, denn ich würde später gerne hier lieber ein paar Läden hinhaben. Da wird mit Sicherheit der Weg nochmal anders hochgeführt werden. Aber erstmal soll das Ganze funktionieren. Und was wir jetzt brauchen, ist hier irgendwie erstmal unser Törchen. Aber dafür machen wir nochmal das Gelände ein bisschen schöner. auf Fundamenthöhe abflachen. So. Der Weg kommt wieder dran. Tunneln ist deaktiviert. Jetzt suchen wir uns einen Gehegeeingang raus. Der muss hier dran. So nah wie es geht, will ich ihn ran haben einfach, damit wir nicht so viel Platz verschwenden. Wunderbar. Und ja, wir müssen das Ganze einmauern, denn hier hätten wir jetzt Fluchtbereich für die Eisbären. Also das Loch muss dicht. Und das machen wir mal mit 5 Meter Winkelausrichtung 90 Grad. Gehölbt. Das ist das, was mir fehlt. Ja. So soll es sein. Okay. Jetzt gehen wir hier vorne dran. Verbinden das noch miteinander. Und dann haben wir es auch maximal symmetrisch. Das erschreckt mich ja schon fast selbst, muss ich sagen. Okay. Und was haben wir jetzt geschafft? Gucken wir uns das einmal an. Eingang zeigt in die falsche Richtung. Ist klar. Jetzt ist dieses Gemäuer hier tatsächlich als Gehege erkannt. Und natürlich ist das die Innenseite des Geheges. Und da kommt natürlich der Weg hoch. Also, die Meldung ist richtig. Und jetzt haben wir ein Problem, das wir überbrücken müssen. Denn einerseits stehen die beiden Mauer noch nicht in Verbindung. Also das hier ist noch kein Gehege hier außen. Und andererseits müssen wir diese Wegrichtung irgendwie umdrehen. Und die Logik bei Gehegen ist ja derart, dass wir mit einem Strich im Prinzip die Umrandung zeichnen müssen, können müssen, damit das Gehege gültig ist. heißt, wir müssen hier einen Verbindungssteg bauen, damit es überhaupt zu einem wird. Und damit fangen wir an. Barrieren. Wir gehen hier mal auf diesen Pfosten. Hauen hier jetzt eine Barriere ohne irgendwas ran. Die soll ruhig lang sein. So, und kann, sag mal, auf diesen Pfosten hier gehen. Okay, das wird jetzt noch immer nicht klappen mit einem Strich das Ganze nachzuzeichnen. Denn wir bräuchten hier einmal den Weg hin und eine Mauer für den Weg zurück. Und das machen wir gerade nochmal. Wir setzen hier noch eine zweite dran. Und ich setze mal ganz bewusst so, um euch dann noch was zu zeigen, was uns später Probleme bereiten wird. So, plötzlich ist es gültig. Wir gucken mal, wieso. Wir könnten jetzt hier beim Gehege anfangen, das mal anfangen, das mal nachzuzeichnen. Einmal hier bis zu dem Punkt hier rüber, außen rum und hier wieder hoch und schwupps. Schon haben wir ein Gehege, das gültig ist und wo jetzt in der Tat hier durch diese beiden Mauern die Logik der Ausrichtung dieses Eingangs gedreht wurde. Und jetzt funktioniert das. Jetzt könnten wir Eisbären bringen, aber mir fehlt jetzt noch ein Handelszentrum, das ist mir einfach zu weit weg und ich will noch ein paar Mitarbeitergebäude haben. Und da gucken wir jetzt erst mal nach und dann kommen die Eisbären. Hier unten, upsala, haben wir ein bisschen Platz. Da könnten wir einfach mal mit unseren Gelände-Tools ein bisschen Platz schaffen. gehen wir mal auf 4 Meter Breite, fangen damit mal an und gehen mal hier in die Richtung raus. Jetzt können wir ruhig auf 6 Meter gehen oder warum nicht eigentlich auf 8? Damit sollten wir immer noch nicht oben rauskommen. Dann haben wir hier ein bisschen Platz, was zu machen. So, mal gucken, wie weit ich nach hinten kann. Irgendwann müsste ja das Gewässer kommen und da sind wir auch schon angekommen am Ende. Das heißt, so weit wollen wir gar nicht gehen. Das muss nämlich vielleicht noch ein bisschen größer werden. Das heißt, wir verteilen uns mal lieber hier über die Länge. So. Und die Frage ist jetzt, was brauchen wir eigentlich an Gebäuden? Ich klatsche dir einfach direkt hier dran, oder? Ja, das reicht. So. Brauchen wir noch einen separaten Mitarbeiterweg? Ich könnte ja natürlich noch mal einen machen, der hier runterfüllt, aber das ist eigentlich auch Quatsch. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Also, Gebäude. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser und Strom. Fangen wir damit mal an. Und das heben wir jetzt beides hoch. Beides? Wieso beides? Doch das Erste. Ungefähr, das wird die Höhe sein. Das darf ruhig weiter nach vorne. So, Wasseraufbereitung. Baugruppe steht. Transformator kommt daneben. Jetzt. Ach, da haben wir doch Platz, oder? Machen wir weiter mit Mitarbeitereinrichtungen. und zwar und zwar erstmal mit dem Mitarbeiter Pausenraum in klein. Uh, Platz ist da mehr als genug. Okay. Dann habe ich ja gesagt, ein Handelszentrum wollen wir haben. müssen wir auch anklicken. Die Werkstatt ist nicht verkehrt. So, wollen wir hier nochmal Tierpflegerhütte könnte natürlich weiter nach vorne. Das macht Sinn. Dann machen wir nochmal eine Arztpraxis. Die passt hier schon nicht mehr, die muss ein Stück nach hinten. Und die Quarantäne. Ja, das machen wir nach Bedarf mit Quarantäne. So, die Räume sind da. Und was wir noch nicht haben, ist den Arbeitsbereich. Ich klicke immer da drauf, das macht mich wahnsinnig. Den nennen wir einfach mal Aqua. Und da darf das jetzt alles rein. Genau. So. Ein Gehege, sechs Gebäude, ein Mitarbeiterraum. Alles gut. Stromversorgung ist da. Wasser passt auch noch. Müssen wir hier hinten aber auch nochmal bauen. Na gut. Das ist schon mal eine wichtige Info. Jetzt brauchen wir einen Mitarbeiter. Und zwar einen Zoopfleger. Der wird gleich verhaftet auf seinen neuen Arbeitsbereich. dann nehmen wir noch noch einen Tierpfleger hinzu. Ja, das war zweimal geklickt. Der geht auch nach Aqua. Dann nehmen wir noch einen Mechaniker. Also einen Techniker. Okay. Okay. Auch hier. Aqua. Du haust gar nicht erst ab wie deine anderen Kollegen. In Sicherheitsbeamten können wir auch nochmal einen hinzunehmen. Ja. Wäre doch mal gut für jeden Bereich einen eigenen zu haben. und noch einen Tierarzt. Verkäufer kommt mit den Läden. Hier ist einfach hungern. Wird sich schon jemand drum kümmern hoffentlich. Okay. Das Wichtigste haben wir. Die gehen schon mal nach unten. Das ist super. Und jetzt können wir den Eisbären oder die Eisbären kommen lassen. Ich glaube nur den. Die Eisbärin wäre richtig gewesen. Die Hege 26. Das haben wir noch nicht umgenannt. Ich dachte mir wäre so als hätten wir schon aber wohl doch nicht. Und war das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen. Das werden wir gleich sehen. Ich bin gespannt wenn das Tier da ist denn dann haben wir das nächste Thema an der Backe. Wenn wir mal gucken hier wo das Personal bleibt. Das ist der Nachteil bei der ganzen Geschichte. Personal sieht man jetzt nicht mehr das muss man suchen. der da hinten wird aber auch nicht wie schnell laufen bezahlt. So. Da ist er auch schon. Ja, hallo. Geht ja schon mal gut los hier, oder? Ist gar nicht so schlimm. Nice. Schönes Tier. muss ich ganz ehrlich sagen hübsch, gefällt mir gut. Also, was will ich euch jetzt noch zeigen? Haut mal. Der passierbare Bereich. Ah. Wir haben es geschafft durch diese beiden unsichtbaren Barrieren hier einen Bereich zu schaffen der rein von der Logik her außerhalb des Geheges liegt weil er in sich abgeschottet ist und das müssen wir jetzt noch korrigieren denn wenn der Eisbär tatsächlich nur hier her lang läuft geht hier direkt ein Alarm los Tier sei ausgebrochen obwohl er ganz offensichtlich im Gehege drin ist. Okay. Da haben wir ein Problem das lösen wir aber direkt und deswegen habe ich auch extra diesen Pfosten so weit weggestellt damit ich das mal zeigen kann. Jetzt stellen wir ihn mal näher ran so müssen aufpassen wenn wir die übereinander stellen dann wird eine Wand weggenommen und es wird nur noch als eine gezählt und dann haben wir wieder das Problem dass das Gehege ungültig ist. Also nah beieinander löst das jetzt unser Problem mit dem passierbaren Bereich? Die Antwort ist leider nein. Aber das ist gerade nicht richtig zu sehen klicken wir nochmal an Achso einmal schließen jetzt doch wir haben es hinbekommen also dadurch dass die so nah beieinander sind haben wir hier kein Problem mehr mit dem nicht passierbaren Bereich und somit haben wir jetzt in der Tat geschafft ein Gehege zu schaffen mit dem Eingang komplett in der Mitte losgelöst vom Rest der Mauern das finde ich geil dass das geht man muss dann nur ein bisschen kreativ werden und ja ich habe mich da beim Spielbär inspirieren lassen aber der hat es nicht so ganz gelöst nicht so schön finde ich und da habe ich jetzt nochmal ein kleines bisschen die Lösung optimiert also super geil vielen Dank dafür und ich finde das gut dass das geht echt echt fein jetzt gucken wir nochmal nach den Bedürfnissen hier jo haben wir es schon wir haben genug Land auch für 2, 3 oder 4 Eisbären wenn der Nachwuchs da ist aber wir haben zu wenig Wasser und jetzt kommen wir auch gleich noch auf die Frage von der Gabi die nämlich gesagt hat was passiert wenn wir das Wasser raus nehmen das kann ich euch jetzt zeigen dafür muss aber erstmal jemand wieder aus dem Wasser raus und das machen wir mal auf einem schnellen Weg und tschüss und das gibt jetzt wieder die nächste Fummelei Wasser raus und Wasser wieder rein geht nicht mehr ist blockiert ist ein Weg unten leider den können wir nicht überfluten also wenn wir sowas korrigieren müssen müssen wir leider alles abreißen und nochmal neu machen alles abreißen müssen wir natürlich nicht denn wir können es natürlich einfach hier hoch schieben und können jetzt erstmal ein bisschen die Fläche hier korrigieren und machen hier im Randbereich einfach ein bisschen Material weg Größe 8 ist gut das senkt wir hier einfach mal alles ein bisschen ab so hier können wir auch noch ein bisschen bis an die Mauer rangehen weil da müssen sie auch gar nicht raus hier gibt es nichts mehr zum rausgehen hier ist fertig das Gehege können wir dann noch ein paar Meter gewinnen so jetzt 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 sollte man noch alle Möglichkeiten haben auch mit Nutzung des Wasserspiegels noch mal ein paar Quadratmeter Wasserfläche zu gewinnen so okay aber wir können ja leider nicht befüllen der Weg muss weg und das allein reicht nicht mal das ist das Problem denn wenn ich jetzt einfach nur zumachen würde vorne und hinten und würde befüllen dann steht das Wasser plötzlich nicht mehr bis hier wie es vorher war sondern bis zu dem Grund hier unten dann können wir den Weg wieder nicht mehr rein führen weil wir gegen eine Wasserfront bauen und dann kommt wieder diese schöne Meldung vom letzten Mal Weg durch Wasser blockiert oder so ähnlich wie die hieß deswegen müssen wir das alles wieder zuschaffen hier so jetzt gehen wir bis vorne an den Weg ran hier machen wir das gleiche wobei wir könnten hier schon mal den einen Wegabschnitt wieder vorne dran setzen da ist er doch schon okay denn ich hatte auch noch ein bisschen Probleme mit der Erde die mir hier irgendwie vor der Tür hängt und das werde ich noch ein bisschen schöner machen da überlege ich jetzt aber noch wie das ist nämlich jetzt auch wieder so ein bisschen gefummelt eigentlich müsste das erstmal hier gerade Kante geben die wird aber nicht lange bleiben denn muss ja hier auch das Loch wieder zuschütten also wenn der Weg hier rein stößt an der Stelle dann können wir doch eigentlich ich probiere es jetzt mal aus bis hier vorne einen kleinen Kegel machen so genau das sieht gut aus dass in der Draufsicht in der Tat der Weg ungefähr mit der Kante hier abschließt und dann sollte man das doch eigentlich nur noch von unten hoch zu bauen und dann müsste der Abschluss schöner sein als beim letzten Mal und hier machen wir in der Tat nochmal ein bisschen angehobenes Land hin ich glaube das ist ein bisschen zu viel gewesen hier da gehen wir noch mit dem abflachen tool hin sonst kriegen wir den weg vielleicht gar nicht rein so ja das war zu viel also jetzt haben wir es doch eigentlich relativ präzise angelegt hier können wir noch ein bisschen vorbauen so so sollte das eigentlich gehen und hier oben machen wir noch ein bisschen Material drüber damit es nicht so eine lose umhängende Erdzunge gibt ich glaube dann wird das schöner als beim letzten Mal okay einmal noch das Loch verschließen so nochmal von vorne her ein bisschen abflachen vorsichtig das Ganze äh da haben wir schon das war zu weit so am Rand mache ich leider jetzt auch ein bisschen eine Kante aber das ist okay hier erhöhen wir nochmal oben drauf ein bisschen okay das machen wir noch ein bisschen schöner hier wunderbar hier auch nicht irgendwie doch kleinlicher als ich dachte okay Wasser wieder rein und bevor wir den Weg anlegen lassen wir jetzt die Eisbären wieder kommen den Eisbären der soll uns nämlich mal sagen wie groß hier in der Tat die Wasserfläche für ihn ist die begehbare ich könnte zwar auch hier gucken aber dann kriegen wir gesagt 834 und das stimmt hier vorne und hinten jetzt mal gerade gar nicht da ist irgendwas schief aber das ist auch so ein kleiner Bug hier weil wenn ich jetzt an dem gelände manipuliere dann wird das irgendwie nicht wirklich neu gerechnet oder erst sehr 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 spät so da bist du wieder müssen wir auch nochmal neu rechnen na wann passiert das müssen wir in der Tat nochmal anstoßen die berechnung so jetzt haben wir 2957 das ist genug hoffentlich für alle Eisbären die wir hier haben können ist auf jeden Fall besser als vorher das lassen wir so jetzt können wir den Weg unten reinsetzen wieder und einfach hoffen dass ich diese Abschlüsse hier gut gemacht habe Winkelausrichtung ist an tunneln brauchen wir wieder die 10 meter breite am anfang so das haben wir es könnte besser sein es könnte diesmal wirklich besser sein als letztes mal jetzt setzen wir die 8 meter wieder dran und holen uns ein tunnel vom himmel so passt noch nicht ganz noch ein Stückchen runter ja besser geht es doch gar nicht wunderbar und so können wir sowas korrigieren leider ist das das etwas komplizierte prozedere aber das ist notwendig so und hier hinten habe ich oh nein das ist natürlich jetzt echt schwierig sowas hier habe ich vergessen zu glätten und das kriegen wir am einfachsten hin oder wir gucken mal was noch geht geht nichts mehr da geht nichts mehr ja nun dann bleibt das halt so entweder mache ich es im off noch mal neu oder ich lasse es aber momentan das macht es auch nicht besser bin ich eher drauf es zu lassen so der gute Eisbär hier hat nichts zu essen bis jetzt da müssen wir ran er soll auf jeden Fall mal ein Tablett bekommen das ist natürlich unter Gehege Butter und Wasser und ein Essens Tablett ich habe es wieder nur geliked schade und wir sollten die grundlegenden bedürfnisse erstmal so dass das Tier nicht verreckt erledigt sein wir haben natürlich keinen Rückzugsort wir haben hier noch keine Gelände Anpassung wir haben noch gar nichts aber ich würde mal sagen dafür dass ich euch jetzt hier einen Tag länger habe warten lassen gehen wir noch mal ein bisschen in die Verlängerung heute ich werde jetzt quick and dirty zumindest ein paar Dinge so machen dass das großen Bauarbeiten gehen nämlich noch los es fehlt ja noch die begehbare höhle da kommt noch einiges an things to do und deswegen machen wir jetzt mal damit das Tier nicht so lange leidet das ganze ein klein bisschen hübscher für was können noch machen Erde Erde ist natürlich gut hier im Bereich rund um den kleinen Tümpel hier obwohl eigentlich sollte das ja ein bisschen eine Eislandschaft werden so mit Erde sieht das auch hier hinten gar nicht mehr so schlimm aus okay Fels das ist ihm relativ egal können wir also ein bisschen in den Schnee rein mischen und Schnee davon will er natürlich ganz viel haben das können wir ihm auch geben und herzlichen Glückwunsch war eine gute Idee direkt hier überall erstmal flaches Gras hin zu machen denn jetzt ist es wieder weg so okay das machen wir mal so immer geräte die sind natürlich hier unter gehege immer anlage und da wollen wir mal ein paar stück hier hin bauen wollen wir zwar nicht nicht so geizig sein die temperatur fällt gut auch das werden wir noch mal schöner anordnen irgendwann ich hasse diese reißrundenflächen ganz ehrlich jetzt habe ich hier waben gebastelt super aber erst mal geht es hier ein bisschen besser der rückzugsort fehlt noch auch da kriegt er jetzt ein kleines provisorium da bauen wir immer gerade was und zwar hier schön aus eis ja einfach mal eine kleine hütte automatisch stapeln das wohl an so upsala ok das haben wir und das war jetzt natürlich nicht sehr intelligent matze einmal hier einmal da so sieht der eispalast aus brauchen wir noch irgendein dach drauf da kriegt er ein bisschen glas ist ja auch nur übergangsweise präzision beim klicken und das lassen wir auch so offen da kommt jetzt noch direkt ein schlafplatz rein so heißt das ding mittel sollte für dich ausreichen ja so wir sind ja großzügig wir haben ja platz drei stück reichen jetzt rückzugsort check ok also dem tier geht es relativ gut lebensqualitätsobjekte fehlen jetzt auch noch ein paar bepflanzung fehlt aber das machen wir jetzt nicht mehr bevor wir nicht das gehege fertig angelegt haben und ja deko hier kommt beim nächsten oder übernächsten mal die leute kommen rein das wichtigste was wir für sie brauchen ist natürlich tada die spendenwüchse und zwar am ausgang hier also da in der mitte ganz am rand will irgendwie nicht na egal dann stellen wir uns ein bisschen vom rand weg doch jetzt geht es okay und am ende und oben so ich will noch einmal gucken jetzt hier diese abschlüsse geworden sind ja deutlich besser jetzt können wir hier überlegen ob wir hier noch mal ein bisschen ja ein bisschen korrigieren denn ich brauche tatsächlich hier hinten keine zwei glaselemente mehr da kommt jetzt ganz normale wand hin aber ich weiß wenn ich das sehe warum ich das so schon gut gefunden hatte wie es war egal das sind diese details die kann man glaube ich einfach nicht mehr viel schöner machen lassen wir es jetzt einfach so immerhin ist hier nicht undicht und es kommt kein wasser rein die frage ist natürlich können wir hier noch ein bisschen die lände wegnehmen das wäre jetzt noch super gut wenn das ginge aber das geht jetzt natürlich hier nicht ne ok dann ist es halt so und hier können wir auch noch mindestens zweimal das glas wegnehmen und wir gucken es uns mal von hier an tauschen das auch hier gegen mauer aus es ist immer ein bisschen frickelig hier unten drin zu navigieren also ich kann schon echt verstehen wenn man sagt man hat da nicht viel lust drauf so was zu bauen aber jetzt passt es besser würde ich sagen kriege ich diesen tunnel nicht hin dekoriert wird er natürlich noch aber ich will zumindest eure kohle sehen so ok eisbeer hat natürlich keinen bock baden zu gehen aktuell oder nö ein andermal jetzt penta wahrscheinlich genau in dem neuen rückzugsort und ich würde jetzt mal sagen beim nächsten mal kümmern wir uns um das thema barrieren wir können natürlich auch die hier noch ändern wir können das austauschen gegen eissteine und ein bisschen anders einrahmen damit hier nicht das ganze so bewusst nach dem gemäuer ausschaut aber eigentlich hat das fast so auch ein bisschen charme aber wir können da noch viel machen wir können auch einen berg draus gestalten da habe ich jetzt bock drauf da fangen wir noch mal kurz an passt mal auf das machen wir noch mal ein bisschen hübscher hier schneefelsen wir gehen mal ganz direkt neben dieser tür so wunderbar die erste reihe da kommt noch ein bisschen was drauf wo ich hoffe jetzt können können die da noch durch aber personal und menschen kennen die keine boxen trotzdem für den eigenen anspruch will ich das ein bisschen schöner haben da gehen die großen steine nicht mehr dann müssen wir mit dem kleineren arbeiten ja der ist jetzt auch nicht so ganz der richtige hier das geht besser ok jetzt noch ein bisschen was hier vor hier hinten das ist noch ein bisschen steil muss man auch noch ein bisschen nachbessern ist nicht der richtige der ist zu klein also machen wir in der tat mit dem hier weiter so 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 der ist es nicht Mal den noch einen schönen größeren hier. Ja, so. Dann haben wir das Ganze doch ein bisschen in der kleinen Nähhöhle schon mal versteckt. Das ist mir noch ein bisschen zugemacht. Zu wenig natürlich. Kommt besser. Hier können wir auch noch ein bisschen was fixen, damit das nicht ganz so blöd ausschaut. Und dann wird es doch ein bisschen Leben reinbringen hier in das Ganze, ne? Okay, kann man natürlich immer noch ein bisschen schöner gestalten, aber ich denke mal, für das Erste ist das okay. Okay. Und jetzt gucken wir mal, ob der Gute das auch in irgendeiner Weise nutzen kann. Ne, kommt er nicht hoch. Ist okay. Gar kein Problem. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Und dann sind wir jetzt heute am Ende der Folge und beim nächsten Mal, ja, was machen wir da? Da bauen wir die begehbare Höhle, den Rückzugsort. Dann wird diese Bude wieder abgerissen. Die ist ja nur ein Provisorium. Eine schöne, schöne Höhle, wo die Besucher auch reingehen können. Dann machen wir insgesamt ein bisschen Landschaftsgestaltung. Dann wird unten auch ein bisschen hier wahrscheinlich der Unterwassertunnel gestaltet. In das Becken kommt ein bisschen mehr Leben rein. Und dann wird das Ganze, glaube ich, doch ein ganz geiles Gehege werden. Okay, Wege hier noch drumrum vielleicht. Ja, schauen wir mal, was wir mit dieser Barriere machen. Ich glaube, das passt gar nicht in eine Folge rein. Und da schauen wir mal, wie viele es noch werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.